So, also Samstagmorgen, die Party ist vorbei. Amazonas Express hat jetzt gerade aufgehört zu spielen. Bei uns auf der Bühne, wir sind auch bei uns auf der Bühne, wie heißt du? Nikkei, Christine, Sabrina. Ich heiße Daniel, das wissen wir schon. Ich bin der Jürgen aus den Bürgern. So, also, die letzten Überlebenden der Party, gell? Also Jürgen, ihr habt heute schon Freitag gespielt, also das ist ja mal was ganz Neues für Amazonas Express. Egal, das war total geil, das war die beste Party, die ich je erlebt habe. Gerade weil es Freitag war, es war noch nie, schau mal darüber, noch nie so voll am Freitag wie heute. Oh so, und jetzt, weil meine Freundinnen hier sind, singen wir schon ein Lied und dann reden wir weiter, okay? Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Lauf. 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 Mit dem Herzen wie Old East. Mit dem Herzen wie Old East. Old East. Wo ich allein bin. Mit dem Herzen wie Old East. Old East. Ja, den Appetit wie Nespaket, Aspaket. Eich perschen durcheinander. Uppelit, wei anklatit. Et geht mir lichtversaufen. Och bistel der Schlauchtreifen. Nemmele an der Gürtengunem. Et messem da auch Reiner ston. Ich morgens doch. Och mir dir ist weder alles wie. Wer noch durcheinander. Reden blöds an weiner Politik. Nier nicht mehr am Palli. Der 10 Liter Gäsch. Geert mir noch dir noch eine Licht. Ich denke nicht. Old East. Wo ich ein Lienchen bin. Die dir im Herzen wie Old East. Old East. Old East. Wo ich ein Lienchen bin. Die dir im Herzen wie Old East. Old East. Old East. Old East. Wo ich ein Lienchen bin. Die dir im Herzen wie Old East. Wo auch. Wo auch. Hey. Super. Daniel. Ich bin stolz. Ich bin stolz. von. Was Musikalisch. Von beiden Seiten. Geerbtes Musikalische Teil. Familie Mansch. Musikalisch. Musikalisch. Super. Was tut ihr gespielt. Was für ein Instrument. Ich bin Erlebenskünstler. Erlebenskünstler. Ja. Für mich sind am. Amigos. Sto bei mir. Am ersten Platz. Aus der grunsten Welt. Dankeschön. Bitte. Danke. Danke. Hey. Der Zähnplatz ist Mittelpunkt der Erde. Für die Sachsen. Also. Was macht für dich den Reiz von Dinkelsberg aus? Das was du hier siehst. Schau. Geil Weiber. Das auch. Das auch auf jeden Fall. Aber genau was es ist. Schau. Was ich auch letztes Jahr gesagt habe. Die Kinder. Und die Alten hier. In meinem Schnurrbart. Ja. Und die Jungen. Und noch die Jünger. Und die Allerjüngsten. Und alle zusammen. Und da reden alle so. Und wir verstehen das alle. Wir sind alle. In. Trupp. Ein bisschen breiter. Wir fragen dann Daniel. Verstehst du? Und echter Walter. Und echter Walter. Und ein Bruder. Das hat mir gefallen. Das sind drei Brüder. Das Trupp. Also das Gefeil. Und das Über. Seht. Die Zusammengefühligkeit. Die Zusammengefühligkeit. Die Zusammengefühligkeit. Die Kultur erhalten. Mit der Stuhl sind. Wir waren an einem Ort. Wo nur zwei Familien. Sogse sind. Aber voll integriert. Voll anerkannt. Der Stuhl. Auf was. Auf was. Kultur. Auf was. Rungen schaffen. Erlenbach. Heilbronn. Ein rein katholischer Ort. Sehr konservativ. Aber man sieht voll integriert. In anderen Vereinen. Und den voll angenommen. Man darf nicht. Er darf niemanden leugnen. Wo er hier geht. Für. Am hier. Und im rollenden R. Das. Aber der Mess. Ich. Anpassen. Weg. Wo er. In Siebenbergen. Wo er. In Siebenbergen. Einen fremden Ort. Ging. Ein gut nehmester. Wo er verloren. Ein Tag verlangen. Von den Dätschen. Am Ziel. Mit offenen. Hunden. Empfangen. Fahre dann. Der erste Messer ist der G. Und der Bekistete. Doppelstreck. Ist mein Motto. Du. Stimmt. Also. Dann kriegst du es dreifach zurück. Was hat er noch für den nächsten Tag? Vier. Was hat er vier hier in den Dinger gespielt? Daniel hat mit ihm gespielt, aber es ist alles später, aber morgen Abend, wenn jemand vorbei ist, Daniel, wo spielen wir da? Bei Frank Ounner, das Klischirchen spielt man im Zelt, auf dem Zelt passt ein Partyzelt. Da geht es richtig ab, da sind wir dabei. Wir sind sinnvoll, weil sie zählt, dann zählt man ein. Wir sind da, wo die Stocks sind, wo der Wurzler ist, da sind wir. Und was macht ihr die nächsten Tage hier in dem Ding gespielt? Ähm... Feiern. Feiern. Feiern? Wow, ihr seid ja auch alle schon über 18, gell? Ja. Wir dürfen das ja. Wie alt bist du? Acht. Acht? Ja, das ist ja fast 18. Acht hast du schon mal. Ich bin zehn. Du bist zehn. Super. Und wie alt bist du? Achtzehn. Ich fühle mich wirklich wie 16. Ich bin 26. Macht nichts. Auf jeden Fall, wie ich schon letztes Jahr gesagt habe. Natürlich gehen wir auch marschieren. Natürlich marschieren wir morgens mit. Auch wenn wir die ganze Nacht saufen, ist es scheißegal. Wir machen das, was die Alten hier, der Weißhaarige hier... aus dem Gipfel im Schnee, aber das Tal ist noch grün. Ja. Wir machen das auf jeden Fall mit. Also, wir machen auch das mit. Auch das andere. Wir machen überall mit. Und das ist... Das gefällt mir. Das gefällt uns. Oder nein? Das gefällt uns. So ist richtig. Machen wir Schluss für heute, oder? Wann gehst du ins Bett? In drei Tagen. Okay, danke schön. Alles klar. Robert, danke schön. Danke schön. Danke schön.